Der letzte Schandfleck ist Geschichte. Als Ortsvorsteher von Zwodau freue ich mich, dass Zwodau nicht vergessen worden ist seit der Fusion mit Klingenthal. Hans Schlott freute sich zusammen mit Bürgermeister Thomas Hennig auch darüber, dass der wahrscheinlich letzte Schandfleck in Zwodau verschwunden ist. Am 12. Mai wurde der neue Parkplatz unterhalb des Kindergartens in der Klingenthaler Straße 45 offiziell übergeben. Also wir haben einen neuen Parkplatz gestaltet mit circa acht Stellplätzen, gekosteten Gesamtmaßnahmen ungefähr 45.000 Euro. Bezahlt wurde das Ganze aus noch vorhandenen Rücklagen der ehemaligen Gemeinde Zwodau und vom Budget des Ortschaftsrates.